Und auch im Untergrund, der einstigen Mitte von Berlin, Ruinen. Einfahrt in die S-Bahn-Station Potsdamer Platz. Züge halten hier schon seit 29 Jahren nicht mehr. Nach dem Bau der Mauer im August 1961 gingen die Grenztruppen der DDR in der verrammelten Station auf Posten. Der Bahnhof verkam zum Unterirdischen Museum. Und das blieb von der Schalterhalle des einmal gewaltigsten S-Bahnhofes der Welt. An den Wänden Relikte volkseigener Konsumwerbung. Die Zeit steht still, seit mehr als drei Jahrzehnten. Fragmente aus einer Epoche, als die Stadt noch nicht geteilt war. Und wo früher die Massen strömten, in den Untergrund Berlins. Auch dort errichteten die Bauarbeiter der Hauptstadt im Sommer 1961 einen Schutzwall aus Steinen und Beton. Der Potsdamer Platz bei Nacht. Einst verkehrsreichster Knotenpunkt Europas. Zu Mauerzeiten scharf bewachtes Niemandsland. Jetzt zumindest belebt von Autokolonnen, die sich müde über die Leipziger Straße nach Westen schieben. Das Nachtleben findet in Katakomben statt. Am Rande des Platzes, nur 100 Meter vom ehemaligen Führerbunker entfernt, liegt der Tresor. In den 20er Jahren Gelddepot des Kaufhauses Wertheim, danach Bierlager und Diplomaten-Shop. Seit März 1991, längst bekannter Geheimtipp für die Techno-Scene der Trümmerstadt. Im Anterieur längst vergangener Welten wiegt sich die Szene im Techno-Taumel, selbstgemachter Shepard-Sound mit Zahnarztbohrerklängen und reichlich Bessen. Man tanzt in Techno, 10 Stunden oder mehr. Selbst für hartgesottene DJs ein Ereignis. Berlin, die permanente Party. Mr. Blackout kam extra aus Detroit. Was wäre Berlin ohne den Tresor, ohne all die Clubs? Dies ist der einzige Ort, den ich kenne, wo man als DJ rund um die Uhr auf Achse ist. Erst die eine Party von Mitternacht bis 6 Uhr morgens, dann noch eine von 6 bis Mittag. Dann gehst du in den nächsten Club. Da geht's dann bis um 4 Uhr früh und dann merkst du plötzlich, du warst 24 Stunden auf den Beinen. Das gibt's sonst nirgendwo. Die technoziden Kellerpartys von Berlin, ein Vergnügen auf Zeit. Das dauert noch ein paar Jahre, dann ist das natürlich alles zubetoniert und in der Zwischenzeit muss man halt seinen Spaß haben. Wir sind natürlich jetzt in den Löchern, jetzt zwischen den Riesen. Das wird sicher anders werden, aber da machen wir was Neues.